Ich glaube für 15, das ist schon ein bisschen, da sind die Kinder wieder raus. Ich glaube, da ist unser Film ein bisschen uncool. Aber so ab 6, 7, 8, das geht schon ganz gut. Also die Tochter von unserem Kameramann, die ist 2, die fährt volle Kante auf Räuber ab. Die hat den Film schon 36 Mal gesehen. Nach Axel Dier, die am häufigsten gesehen hat. Die kann auch inzwischen schon das Räuberlied und die kann so brüllen wie der Räuber und die liebt den Film abgöttisch. Aber ansonsten ist es glaube ich so, zwischen 8 und 12 ist ein total gutes Alter und dann irgendwie so nach der Pubertät wieder bis 90 oder drüber.